Seid gegrüßt und herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo hier auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr auch diesmal wieder dabei seid und beim Atzenberger zuschaut, denn heute gibt es das hier bei mir. Ich habe den neuen Hanuta-Riegel in der Kokosnuss-Variante. Das Ganze ist noch eine Limited Edition. Ja, ich bin jetzt ein bisschen spät dran. Im Vergleich zu anderen YouTubern, aber ich sag mal so, besser spät als nie. Heute probieren wir ihn. Also ich bin sehr gespannt, wie er schmecken wird. Hanuta-Riegel finde ich eigentlich immer sehr, sehr lecker. Kokosnuss mag ich auch. Also das kann eigentlich nur lecker sein. Ja, wir haben fünf einzelne verpackte Riegel mit Haselnuss, Magermilchcreme, Kokoscreme, Haselnusscreme und Milchschokolade. Das Ganze enthält auch noch 7,5 Prozent Kokosraspeln, habe ich gelesen. Ja, dann würde ich sagen, wie immer, wir fangen sofort an, denn ihr wisst, genau auf meinem Kanal geht es nur um eins und das ist und bleibt der Geschmack. Also gilt wie immer, auf damit und raus damit. So, wie erwähnt, fünf Riegel sind dabei. Ich bereite jetzt den Testteller vor und dann probieren wir. So, schon geht es weiter bei mir. Wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt hier zwei von unseren Hanuta-Riegeln, einen davon eingepackt, den anderen habe ich schon ausgepackt und in der Mitte durchgeschnitten. Wir vergleichen jetzt mal mit dem Bild auf der Verpackung. Sieht relativ identisch aus, würde ich sagen, so dann aus der Nähe. Hier oben haben wir unsere Haselnussstückchen. Hier seht ihr die Waffelschichten mit unserer Haselnusscreme, Kokosnusscreme. Das Ganze umgeben mit Milchschokolade. So, dann bin ich jetzt gespannt, wie er schmecken wird. Boah, er riecht wirklich extrem nach Kokosnuss. Das macht Lust auf mehr und ich weiß rein. Ja, außen herum befindet sich eine wirklich super zartschmelzende Milchschokolade. Die zergeht sofort, wenn man die im Mund hat. Das ist schon mal absolut super. Dann schmeckt natürlich auch ganz klar die Waffelschichten raus, die dabei sind. So kennt man das, so mag man das. Natürlich auch die Haselnussstückchen. Und jetzt kommt natürlich das Beste, der Kokosnussgeschmack. Wirklich, der ist so extrem. Also, wenn jetzt die Waffeln nicht dabei wären und die Haselnussstücke, dann könnte man meinen, dass das ein Bounty-Riegel ist. So stark schmeckt das wirklich nach Kokosnuss. Absolut genial. Also, der Riegel trifft ganz genau meinen Geschmack. Wirklich sehr, sehr lecker. Wenn ihr Kokosnussfreunde seid, müsst ihr diesen Riegel wirklich unbedingt mal probieren. Das einzige Problem mal wieder, Limited Edition. Ich weiß nicht, wie lange der auf dem Markt erhältlich ist. Deswegen unbedingt mal zuschlagen, mitnehmen und selbst probieren, wenn ihr den bei euch in den Regalen seht. Also, ich bin wirklich absolut begeistert. Wie gesagt, ist auch nicht zu süß. Schmeckt wirklich super. Also, für mich der beste Hanuta-Riegel, der bisher erschienen ist. Würde ich jederzeit nochmal kaufen. Absolut genial. Okay, dann zeige ich euch jetzt schon die Rückseite der Verpackung mit den Zutaten und den Nährwerten. Und dann gibt es meine Bewertung. Ja, für diesen leckeren Hanuta-Riegel kann es natürlich nur eine einzige Bewertung geben. Und das ist natürlich ganz klar der Dreifach-Daumen nach oben, die beste Bewertung, die es bei mir auf dem Kanal zu vergeben gibt. Und damit eine ganz klare Kaufempfehlung. Ja, wie schon erwähnt, der Riegel schmeckt wirklich extrem nach Kokosnuss. Genau wie versprochen, ohne dabei zu süß zu sein. Ansonsten ergänzt sich das super mit den restlichen Hanuta-Komponenten, den Haselnussstückchen, der Haselnusscreme, den Waffelschichten. Also passt wirklich absolut genial zusammen. Ich bin begeistert. Ich glaube nicht, dass die Riegel bei mir lange überleben werden. Okay, dann war es das schon wieder mit meinem kleinen Testvideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like und ein Kommentar da. Wenn nicht natürlich auch gerne ein Dislike. Alles ist gut für den YouTube-Algorithmus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Video sagt euer Arzenberger.